Jeder, der einen Säufer zu Hause sitzen hat oder selber einer ist, kann sich denken, dass aus den Vorkommnissen der letzten Nacht keine nennenswerten Konsequenzen gezogen worden sind. Weder von mir, noch von meiner Mutter, noch von Gott oder dem Jugendamt oder von sonst irgendwem. Es ging weiter, wie immer. Wir redeten nicht darüber, dass wir uns gegenseitig abstechen wollten. Wir redeten auch nicht darüber, dass ich während meines ersten Vollrauschs fast erfroren war. Ich habe in dieser Zeit Tagebuch geschrieben in ein kleines, mitsamtbezogenes Notizheft. Da steht nichts drin davon, sondern nur, dass ich mir ein Kaninchen zu Weihnachten wünsche und was ich gegessen habe. Und Einträge, die mit der Einleitung beginnen, in letzter Zeit habe ich oft das Gefühl, in dem es dann um irgendeinen interpersonellen Konflikt zwischen mir und einem Gleichaltrigen vom Spielplatz ging, der wahrscheinlich nicht mal wirklich stattgefunden hatte, sondern eine vage vom Vorabendprogramm inspirierte Lüge war. Aber dem Stil entsprach, von dem ich dachte, so wird also Tagebuch geschrieben. Einleitung, Gedanken machen, zuversichtlicher Schluss. Vielleicht wusste ich nicht, dass das, was ich empfand, meine Gefühle waren. Dass das alles Erlebnisse waren, dass meine Erschütterung was war, was mir zustieß und nicht der seit Jahrtausenden erfolgreich geheim gehaltene Grundzustand jedes lebendigen Menschen. Mitunter befürchtete ich, dass diese Nacht gar nicht stattgefunden und ich sie nur geträumt hatte. Aber war meine Fußsohleneste aufgeschifft vor sich hin, zwei meiner Zehen waren blau. Außerdem war die sich ständig wiederholende Erinnerung an den toten Hund im Kanal der einzige zusammenhängende Gedanke, der mir überhaupt noch möglich war. Also die Nacht, das Schwarz, die Masse missorganisierter, verschwommener Sterne. Der Penner, dessen Namen ich nicht kannte, dem ich unter keinen Umständen noch mal begegnen wollte, weil ich mich ja dann bei ihm hätte bedanken müssen oder so. Alles, was nicht diese Nacht war, riss nach ein paar Sekunden jedenfalls ab und wurde überschattet von konfusen Fetzen aus dem Fernsehen oder aus dem Verkehrsbericht im Radio oder aus meiner Kindheit. Alles viel zu grell, viel zu abrupt. Als hätte mich jemand vor einem Bildschirm festgebunden und dazu gezwungen, Tag und Nacht alle zwei Sekunden von der einen Bildstörung zur nächsten zu seppen. Bis zum Ende der Ferien verfiel ich dann in so eine träge Apathie. Manchmal. Was heißt manchmal? Die war mein Dauerzustand. Kurz vor Weihnachten schmolz der Schnee. Ich saß auf dem Badewannenrand oder auf dem Spielplatz, ewig lang und ohne mich zu bewegen. Mit der geplatzten Ader in meinem Auge und offen stehendem Mund. Zuerst zwang ich mich, ihn zu schließen, aber es war ja Winter und mir hätte da keine Wespe reinfliegen können, höchstens irgendein anderes Tier. Doch da man ja angeblich sowieso 20 Insekten pro Tag verschluckt, ohne das zu merken, war mir das egal. Ich dachte wirklich nicht mal danach dabei. Oder vielleicht auch doch. Man denkt ja immer nach, aber in dem Fall mal nicht über was Komplexes. Eher an eine Mauer oder eine Farbe oder sich beim Einfall von Licht auf das geschlossene Augenlid herausbildende Spiralen oder so. Und nicht mal mehr Fernsehen ging, weil das zu anstrengend war. Manche Leute sagen, dass sie sich leer fühlen. Und andere Leute können das dann überhaupt nicht verstehen und denken an einen ausgehöhlten Körper. Ein geschlachtetes Tier, dem gerade seine Organe entnommen wurden. Aber ich verstehe diese Lehre, weil ich sie kenne. Das ist, als wäre man nicht mehr da. Als wäre nichts mehr in einem drin, außer der Mischung aus zwei verbliebenen Empfindungen. Ungeduld und Schwäche. Und dazu kommt unter speziellen Bedingungen noch die Wahnvorstellung, dass einem Insekten über den Körper krabbeln. Man kann das nicht ertragen, nur überleben. Aber dazu muss man still sitzen und sich ausschalten. Und wenn man das nicht schafft, wenn man nicht mehr genau weiß, ob man überhaupt noch am Leben ist, ritzt man sich mit Systemrasierern für Frauen, die gefederte Klingen haben, ein bisschen zu tief in der Achselhöhle rum oder rammt sich eine Schere in die Hand. Und wenn das dann blutet und weh tut, ist man am Leben. Aber nicht mehr lange, es sei denn, man ruft einen Krankenwagen. Und das macht man dann und das ist gut. Denn jetzt hat man endlich wieder was zu verlieren. Und das macht man sich mit einem Scherz- und 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 Scherz-